Wenn Sie Bücher lieben, aber nicht ständig eine ganze Bibliothek mit sich herumtragen möchten, ist dieser E-Book-Reader von Illyricon genau das Richtige für Sie. Der schlanke Reader passt in jede Handtasche, wiegt keine 300 Gramm und bietet doch zahllosen E-Books aller gängigen Formate Platz. Durch die komfortable Touchscreen-Steuerung blättern Sie bequem durch die Seiten. Texte lassen sich auf dem brillanten TFT-Display angenehm lesen, die Darstellung ist gestochen scharf. Dank Hintergrundbeleuchtung können Sie auch im Dunkeln lesen. Schmökern Sie, wie Sie es wollen, im Hoch- oder Querformat, mit niedriger oder hoher Zoomstufe. Alles ist steuerbar. Wenn Sie bei der Lektüre gerne Musik hören, kein Problem. Den Musikplayer steuern Sie direkt aus der E-Book-Wiedergabe heraus. Ist die Lektüre zu anstrengen, spielt Ihnen der E-Book-Reader auch anstandslos Videos oder Diashows ab. Den 2 GB großen Speicher des Readers erweitern Sie einfach per Speicherkarte auf bis zu 16 GB. Ungestört genießen Sie Ihre Musik über die mitgelieferten Kopfhörer. Mit dem E-Book-Reader von Elyricon kommen Leseratten voll auf ihre Kosten. Doch selbst wer nicht so gerne liest, hat diesen kleinen Alleskönner gerne als Begleitung. Denn eins ist sicher, langweilig wird es mit ihm nie. Und daher ist dieses Exemplar meines.